So, das habe ich repariert. Ich wollte hier noch eine Holzproduktion hinsetzen. Irgendwie. Ich mache Holz fehlt die ganze Zeit. Holz, Holz, Holz. Ja, nur fehlt Holz. Ich ging auf die Nüsse. Hier auch, ich könnte längst wieder eine Fregatte bauen. Wie viele Kanonen habe ich 16. Ich könnte aber noch eine Kanonengießerei bauen. Was ich jetzt auch mache, wenn ich Rötter dafür hätte. Rötter. Rötter. Komm schon. Jetzt habe ich noch eine Produktion gebaut. Es gibt immer noch so lange. Danke. Uns fehlen Waren. Uns fehlen Waren. Meckar. Meckarum, Olle. Egal was man macht, die haben doch immer nur was zu meckern, die Leute. Ja, die wollen hier eine Straße. Ja, ich kriege sie. Ich kriege sie so. Und ich kriege auch ihre Straße. So. Ich muss immer wieder ein paar Bauern bauen. Äh, ja. Hä? Du arbeitskleidung wird knapp. ich muss noch eine linie schmerz trägt zwei an 3 braucht ja nicht aber wir haben nicht genug brot das ist aber kein problem einfach gelöst wir können noch eine Bäckerei brauchen dann haben wir wieder auch mehr erntehelfer schön so laufen das heißt hier müssten gleich eigentlich anstatt springen zu an laufen mit dem laufe der zeit versteckt jedes mal wenn ich den nicht bei den einschmeicheln möchte geht das auch nicht stadt wird hässlich und kaum noch fabrikarbeiter er muss leider lebt einmal hier die volle palette schmerz ja nachdem das gefällt war mir natürlich klar so wieso Georg aber die bieten sich jetzt auch alle auf den krieg vor schriftsteller oder wie doch scheiße die sich jetzt auch schon alle auf den krieg vorbereiten auf der zeit verbessert what the fuck habe ich jetzt hier aussehen gemacht konnte muss ich mal verbessern ich muss stufe drei leute immer fehlen mir die bretter damit ich hier nähmaschinen machen kann weil nähmaschinen müssten das ist ein süßer hund der einfach mal einen süßen hund ja dafür brauche ich Paprika hätte ich hier stimmt Paprika habe ich ähm für Paprika brauche ich dann nur stufe 1 das ist genau so fit wie das ist klar so er hat einfach meinen Wappen beleidigt okay um bauernhäuser so dann fisch so die latinia hat er gesagt wie hier kein holz dran kommen so so handelsroute von hier nach hier 50 mal das 50 mal das 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 annehmen das so frik läuft so 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 fielen denn jetzt schon wieder 60 bauern abbrechen abbrechen das so 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 jetzt sind mich hier nur noch mehr bauern ein das schrecklichste Okay. Oh, oh shit. Ja, ja, Herzmull. Ich brauche mich jetzt kein Bock. Ich weiß, Ware wird hier nicht produziert. Nur schon mal für die Zukunft. Damit ich das nicht vergesse. Oh, die haben nicht genug Fisch. Deswegen sollte ich noch mal eben ein Fisch bauen. Vielleicht geht das dann ja. Das ist nur noch dicke Miese. Aber hier die Insolition. Die rechnet sich halt auch noch nicht. So, ich kann ja hier schon mal... Dann... ... 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 ok läuft ich weiß wir haben wieder gut Holz naja dann mal Okay, um... Okay, um... Ja, schön. Und wegen der Stadt... Niemals bei diesem Scheiß-Bauer bist, der hier nur lebt, weil ich Rindfleisch und meine schicken Handwerker... Ich habe wohl Stufe 3 von 5... Und die haben auch schon... Wenn ich sie heute angucke... Eigentlich sehr... Ja... ...gemacht... Bei der Kanone auch... Hier auch... Wir müssen ja jetzt nur einen Eisenüberschuss gewinnen... Damit wir gleich Konverben machen können... Ja... Ja, nix... Haben wir denn schon hier... Irgendwas... Na, noch nix... So, aber... Zwei Minuten... 1,30... Ach, ne Wurst... Ach, du Scheiße... Wir haben auch Geld... Wir müssen einen Anteil an die Kühen verkaufen... Sind doch nun sehr lustigend... Hm... Vielen Dank. 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 Schaffen wir das nicht, gehen wir bankrott. Das alles seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.